So, das ist natürlich für uns wieder Signalfahrer, ne? Vielleicht reagieren sie drauf. Und wir sind natürlich total voll. Ich muss mir mal zeigen, ne? Also hier ist gar nichts los. Alles okay, Nati? Ja. So, noch das Wischding und so, ne? Also, ich denke mal schön weiter rumgespielt. So, noch mal rausgucken. Wunderbarer Himmel. Kommt mir gerade einer entgegen. Ne, natürlich nicht. Schauen Sie sich an. Gucken Sie sich das an, hier. Die nächste kleine Unterhaltung. Nein, Sie sind nicht drauf oder wollten Sie was von mir? Dann nehme ich Sie sofort mit auf. Ne, ne, nicht. Okay. Ich weiß nicht. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Tag. Eben, danke.